Hallo, fantastische Fangemeinde des quirligen Kochrebellen aus Marzahn. Mätre Gunnar grüßt euch schön und gibt bekannt, dass der kommende Freitag, als der Frischfisch-Freitag, in die Geschichte der Internets-Kochshows eingehen wird. Der Mätre hat geangelt. Am Burgheidersee in Marzahn fing er Frischfisch und der kommt Freitag auf den Tisch. Das dürft ihr nicht verpassen. Da bleibt kein Auge trocken. Achso, und getanzt wird auch wieder am Freitag um 14 Uhr auf unserem YouTube und jetzt gleich in der Vorschau.